Ja, zum Welttag des Buches möchte auch ich gerne zwei Bücher vorstellen. Ich habe in meiner Freizeit, wenn ich sie denn habe, auch oft das Vergnügen, ein schönes Buch lesen zu dürfen. Aber ich muss natürlich auch beruflich viel lesen. Ich bin die bildungspolitische Sprecherin der FDP-Landtagsfraktion. Und dort gibt es natürlich immer viele Vorlagen, viele Erlasse, viele Gesetze zu lesen. Aber gleichwohl ist mir die Lust am Lesen noch nicht vergangen. Und nach so einer anstrengenden Plenarwoche habe ich heute letztendlich nur einen großen Wunsch. Ich würde gerne jetzt tatsächlich in der Karibik am Strand liegen, zum Beispiel auf den großen Antillen. Und dorthin würde ich das Buch mitnehmen von Dietrich Schwanitz, nämlich die Bildung. Und ich finde, es ist eine gute Kombination, diese beiden Bücher bzw. diese beiden Vorhaben miteinander zu verbinden zum Welttag des Buches.